VGP ist ein Familienunternehmen, Entwickler, Eigentümer und Verwalter von qualitativ hochwertigen Logistik- und semi-industriellen Immobilien. Die europäische Philosophie in der VGP hat eine unheimlich hohe Bedeutung für uns. Wir sind eine wirkliche europäische Firma. Wir differenzieren uns selbst durch die Bewohnerung auf die Gebäude, die wir entwickeln. Wir haben ein vollständig integriertes Modell für Landverwaltung, Verwaltung, Leasing und Verwaltung. Wir lieben einfach einfache Projekte, aber wir sind keine Angst vor der Herausforderung. Und je mehr komplexer ein Projekt ist, desto mehr Wert wir können. Der VWP-Standard ist ein wirklich grüner Standard. Wir haben hier eine Photovoltaikanlage mit 749 kWp. Impressive. Inhaltung des Verbundes für Locationen ist das, ich glaube, das beste von den besten wir können. Wenn ich eine VGP-immobilie広gelehrt sage, wie viel Arbeit wir gemacht haben. Wir können VGP-issern navy Kelsey Kupferen für andere Unternehmen ohne irgendwelchen Widerstand. Wir sind jetzt in der große Flucht. Wir bauen morgen, heute ab caterpillieren. Untertitelung des ZDF, 2020